Hey Leute, mal wieder herzlich willkommen bei Schwimmpaddel. Heute mit dem ersten Spotlight zu der malayischen Turmdeckelschnecke. Viel Spaß! Ja Leute, heute sind wir endlich am Start mit dem allerersten Spotlight. Ich hatte ja schon, ich glaube im Dezember war das so beim großen Weihnachts-Vlog mal vorangekündigt, dass ich mal jetzt das Thema angehen möchte, sprich spezifische Beschreibungen von Arten, aber halt erstmal in dem Rahmen, wie ich sie auch halte, sprich ich werde natürlich jetzt nicht großartig Spotlights über Tiere machen, die ich selber nicht halte, da ich da auch eigene Erfahrungspunkte mit einbringen möchte. Ich habe mir gedacht, so als allererstes machen wir mal ein absolutes Basic-Tier im Aquarium, und zwar die sogenannte TDS, Kurzform für Turmdeckelschnecke. Einfach aus dem Grund, ich habe mir einen groben Fahrplan zusammengeschrieben, also bitte nicht böse sein, wenn ich hier am Anfang auch ein bisschen ablesen muss, ich habe mir meine Punkte aufgeschrieben, wie ich das Ganze dann kategorisch abarbeiten will. Das ist jetzt praktisch erstmal in Anführungszeichen ein Test, eine Demo. Es soll schon um das Tier gehen, ich versuche auch alles an Pit Input mit reinzubringen, aber ich setze in dem Fall wirklich sehr auf euch, dass ihr mir auch unten in die Kommentare dann am Schluss schreibt, ob euch was gefehlt hat, ob ihr vielleicht irgendwas ausführlicher gehabt hättet gerne. Da setze ich wirklich auf euch bitte unten dann reinschreiben, und dann können wir in Zukunft die Videos dementsprechend auch anpassen. Ich habe mir jetzt so einen groben Fahrplan angesteckt praktisch, wie wenn ihr ein Fachbuch lest über irgendeine Artenbeschreibung, sprich, ich kann ja mal vorlesen, wie jetzt der Aufbau sein soll. Als allererstes Namen und Gattung, danach gehen wir an die Herkunft, dann Wasserwerte und Aquarienaufbau bzw. Aquariengröße. Vierter Punkt dann Größe, Alter und Vergesellschaftung, schrägstrich Mitbewohner. Als fünfter Punkt Nachzucht und Vermehrung. Und letzter Punkt meine eigenen Tipps und Erfahrungen zu dem Thema. Das sind so die sechs Kategorien, die ich jetzt mit euch abgehen möchte, jetzt in dem Fall bei der TDS. Ja, würde ich sagen, schnappt mal gar nicht lang, legen direkt mal los. So, heute soll es um die TDS gehen. TDS, hatte ich gerade schon erwähnt, ist das Kürzel für Turmdeckelschnecke. Das ist so die gängigste Bezeichnung für unsere Schnecke, die wir heute am Start haben, und zwar die Melanoides tuberculata. Das ist die lateinische Bezeichnung der malayischen Turmdeckelschnecke. Auch eine sehr gängige Beschreibungsform dieser Art. Unter anderem wird sie auch hier und da gehandelt als Nadelkronenschnecke oder indische Turmdeckelschnecke. Im Ursprünglichen kommt sie aus Ostafrika und dem südostasiatischen Raum, ist aber mittlerweile invasiv auch unterwegs in Amerika und sogar in Europa. Da gehen wir später noch drauf ein. Das hat hauptsächlich den Grund, dass diese Schnecke wirklich sehr, sehr tolerant ist, was Wasserwerte und Ansprüche angeht. Die TDS, muss man dazu sagen, ist wirklich in häufigen Fällen eine Schnecke, die zufällig ins Aquarium gelangt, meist über Aquarienpflanzen, eventuell, wenn man Frischbodengrund irgendwoher übernommen hat oder wenn man mehrere Becken hat und übernimmt da irgendein Objekt aus dem anderen Becken. Die können sich wirklich überall verstecken. Hauptvorteil bei den Turmdeckelschnecken, warum sie oft auch spezifisch in Aquarien eingesetzt werden, ist ihre Fähigkeit zu graben. Man könnte fast so sagen als Überschrift, die Turmdeckelschnecke ist der Wurm des Aquariums. Diese Schnecke ist hauptsächlich nachaktiv, das heißt, wenn ihr tagsüber füttert, werdet ihr in den seltensten Fällen, viele sehen eher, dann nachts den höheren Teil, also nicht drauf verlassen, wenn ihr mal zehn Schnecken irgendwann einsetzt und tut beim Füttern dann mittags feststellen, ja, es sind nur fünf oder sechs an der Futterschüssel. Vielleicht dann mal nachts gucken und mit Erschrecken feststellen, dass es vielleicht schon 50, 60 geworden sind. Diese Schnecke gräbt wirklich sehr, sehr gerne im Bodengrund umher. Das müsst ihr euch auch überlegen im Einsatz im Aquarium. Also ich persönlich würde sie nicht wirklich für ein Aquascape empfehlen. Sie frisst euch jetzt nicht wirklich stehende, gesunde Wurzeln weg, aber es kann passieren, dass durch das wilde Wühlen im Bodengrund auch Stängelpflanzen ähnliches gelöst werden und euch andauernd die Pflanzen deswegen auftreiben. Bitte bedenken beim Einsatz dieser Schnecke. Hauptsächlich wird sie eingesetzt in zum Beispiel wirbellosen Aquarium und im Bodengrund zu durchwühlen, dass sich auch weniger Faulgase bilden. Sie geht auch wirklich sehr aktiv an Mulm im Bodengrund oder abgestorbene Wurzelreste. Also ist hier wirklich auch ein sehr, sehr nützlicher Restevertilger. Was die Turmdeckelschnecken oder allgemein Schnecken mit einem länglich gezogenen Häuser angeht, ist sie wirklich eine Art, die nicht sonderlich groß wird. Sprich, wir können hier damit rechnen, dass die Tiere maximal so bis um die 3 cm werden. Ich hatte jetzt in den letzten 14 Jahren 2, 3 Ausläufer. Die sind mal knapp 3,5 cm geworden. Das waren aber auch wirklich dann im Verhältnis pro Ma. Und man muss auch immer dazu sagen, mit der Zeit nutzt sich die Gehäusespitze ab. Das heißt, spätestens so nach 1, 1,5 Jahren könnt ihr meistens bei den Tieren eh nicht mehr so genau messen, wie lang sie mal original war, da meistens die Spitze dann leicht abgeschliffen ist, dadurch, dass sie durch den Bodengrund wühlt. Sie können bis zu 3 Jahre alt werden. Das ist jetzt eine wissenschaftliche Angabe. Da kann ich persönlich dazu sagen, könnte ich jetzt nicht so direkt einschätzen, weil letztendlich, wenn sie sich gut vermehren, hast du dann nicht die ganze Zeit fokussiert, die Tiere einblicken und kannst sagen, ja, okay, die hast du jetzt da und da gekauft, die ist schon so und so lang drin. Letztendlich, wenn sie mit der Zeit eine relativ nahezu gleiche Größe annehmen, ist es recht schwierig, das einzuschätzen. Also so vom Bauchgefühl her hätte ich jetzt auch so 1,5, 2 Jahre aufwärts gesagt. Also 3 Jahre ist wahrscheinlich wirklich Maximum bei den Tieren. Ja, mit was könnt ihr die Tiere vergesellschaften? Im Prinzip mit allem, was nicht direkt an Schnecken geht, sprich mit den meisten wirblosen, außer einigen Krabben und auch Süßwasserkrebsarten. Außer ihr möchtet sie zusätzlich als Futtermittel mit einsetzen, muss man auch ehrlich dazu sagen. Turmdeckelschnecken werden auch hier und da als Futtermittel mit angeboten, zum Beispiel auch bei Kugelfischen meines Wissens. Ansonsten könnt ihr sie im Prinzip mit allem zusammenhalten. Klar, immer ein bisschen gucken, dass man jetzt auch nicht unbedingt Fische jetzt drin hat, zum Beispiel bei meinem Schmetterlingsbundbarsch hier hinten, würde ich, der würde definitiv an den Fühlern rumknabbern, wenn er welche zum Fassen kriegen würde. Da ist halt auch wieder der große Vorteil, dass sie nahezu nachtaktiv sind. Sprich, ihr könnt sie mit fast allem vergesellschaften. Ja, jetzt kommen wir zu einem der interessantesten Punkte bei den Turmdeckelschnecken. Das sind nämlich die Wasserwerte. Bei den Wasserwerten ist sie mit eine der Schnecken, die am allertolerantesten gegenüber Veränderungen oder auch Schwankungen ist. Ihr könnt sie unter folgenden Werten halten. pH von 6,5 bis 8,5. Es gibt sogar schon bestätigte Fälle, wo sie gerade mal bei 5,5 gehalten wurde. Ob das zur dauerhaften Haltung jetzt geeignet ist, würde ich jetzt nicht zwingend behaupten, aber 6,5 bis 8,5 ist schon wirklich ein guter Wert. Eine Karbonathärte von 3 bis 20 dKH. Das ist wirklich auch schon ein ziemlich großer Schwankungsraum. Also bei den meisten Leuten sollte das auch auf Leitungswasser durchaus klar gehen. Eine Gesamthärte von 5 bis 30 dKH. Das ist auch eine sehr hohe Messtoleranz. Und was in dem Verhältnis wirklich ein sehr großer Schwankungsbereich ist, ist die Temperatur. Sie kann im Schnitt Temperaturen von 4 bis 26 Grad ab. Das ist unter anderem auch einer der Punkte, warum sie sich auch in Europa und Amerika in Wildgewässern ansiedelt, da sie hier stellenweise fast sogar nahezu Frosttemperaturen im Wasser aushalten kann. Hier auch nochmal der Mahnfaktor. Wenn ihr zu viele Schnecken habt, guckt, dass ihr sie vielleicht an den Zooladen vermitteln könnt, über ebay Kleinanzeigen oder wenn ihr einen Bekannten habt, wo ihr wisst, er hat schneckenfressende Fische. Setzt diese bitte nicht in die Natur aus. Sie sind stellenweise auch als invasive Art zu handeln in manchen Ländern. Was die Vermehrung angeht, muss man ehrlich dazu sagen, das kann man hauptsächlich über zwei Stellräder steuern. Das ist einmal die Futterzugabe und einmal die Sauberkeit des Aquariums. Ich habe jetzt wirklich über die Jahre schon in verschiedensten Bänken verschiedenste Erfahrungen mit den Schnecken gemacht und würde mich von der Aussage distanzieren, dass sie generell eine Schnecke ist, die eine Schneckenplage verursacht. Also Schneckenplage, sage ich ehrlich bis heute, ist bei mir nur eine Schnecke in Erinnerung geblieben. Das ist die Quellblasenschnecke, wo ich bis dato keine mehr habe. Ansonsten Turmdeckelschnecken könnt ihr wirklich sehr, sehr gut steuern über die Sauberkeit des Aquariums als auch die Futterzugabe. Ihr müsst immer überlegen, wenn ihr im Idealfall mittags oder abends eure mal als Beispiel Garnelen füttert und das Futter bleibt in der Schüssel liegen und ihr am nächsten Morgen feststellt, okay, es ist alles weg, dann waren in 99% der Fälle nachts über die Turmdeckelschnecken dran. Wenn selbst nach dem Nachtzyklus noch Futterreste in der Schüssel sind, solltet ihr diese zwingend entfernen. Sie werden sie zwar mit der Zeit fressen, aber das ist ein deutlicher Futterüberschuss. Es gibt die krassesten Fallbeispiele, auch jetzt aus meiner Erfahrung. Ich hatte Becken, da habe ich anfangs 8 Tiere eingesetzt und innerhalb von 2 bis 3 Monaten waren es fast an die 100. Das ist durchaus möglich, hängt zum anderen mit der Vermehrungsrate zusammen. Ihr könnt ca. alle 2 bis 4 Wochen lebende Jungtiere erwarten bei den Tieren, also es werden keine Eier gelegt, sondern lebende Jungschnecken ausgelassen und diese können schon in einem recht jungen Stadium wiederum für Nachwuchs sorgen. Natürlich hängt das auch mit vielen Faktoren zusammen, wie ist die Wasserchemie, wie ist der Gehäuseaufbau, wie rückt das Wachstum der Tiere fortan. Aber ihr könnt sie wirklich schon sehr, sehr rasant vermehren, aber das liegt hauptsächlich mit der Fütterung und der Beckenchemie bzw. der Beckensauberkeit zusammen. Also hier wirklich aufpassen, es ist eine durchaus schöne Schnecke, sie kann wirklich sehr, sehr gute Dienste im Aquarium euch leisten, aber sie kann sich auch unter Umständen explosionsartig vermehren. Was die empfohlene Aquariengröße angeht, würde ich persönlich im Prinzip alles ab 10 Liter aufwärts als gut bezeichnen. Sie wird stellenweise auch beschrieben, dass man sie schon in 5 Liter Tümpeln halten kann. Das wird wahrscheinlich funktionieren, wobei bei 5 Liter, sage ich mir schon ehrlich, dafür wäre zum Beispiel im Sommer mir der Schwankungsbereich gerade bei den Temperaturen zu hoch. Klar, die Tiere können 4 bis 26 Grad circa ab, aber es ist natürlich auch nicht fürs Tier förderlich, wenn ihr vielleicht nachts eine Temperatur so von 24, 25 Grad in der Wohnung habt und auf einmal tagsüber 40 Grad da reinballern in so ein kleines Becken. Also ab 10 Liter aufwärts würde ich sie definitiv empfehlen. Ja, dann noch die Frage, was sind so die Hauptfuttermittel bzw. wovon ernährt sich die Schnecke? Wie bereits erwähnt, ist sie ein wirklich sehr, sehr guter Mullenfresser. Sie ist auch sehr dankbar, was Gemüse und Laubfutter angeht. Also auch wenn ihr jemand seid, der regelmäßig Seemandelbaumblätter in das Becken reingebt, dann sollte das an sich für die Schnecke reichen. Natürlich geht sie an alle möglichen Futtersorten, ob Flockenfutter, Granulatfutter, Stickfutter, Fischfutter, Lebendfutter. Sie frisst im Prinzip alles, auch in Übermengen. Also hier auch nochmal die Mahnung, aufpassen, nicht zu viel füttern bei den Tieren. Ja, jetzt noch zum Schluss vielleicht meine Erfahrungen und Tipps zu der Schnecke. Wie gesagt, das eine Thema, was ich angesprochen habe, nicht zu viel füttern und auch für eine gewisse Beckenhygiene sorgen. Also wenn ihr mal Becken habt, wo ihr euch denkt, okay, komm, lass mal noch zwei, drei Wochen stehen, den Garnelen schadet es nicht, das Becken mullt halt ein bisschen ein, aber meine Güte, ihr werdet euch umsehen, wie rasant sich diese Schnecken auf einmal vermehren können. Das seht ihr dann meistens nachts. Am besten mal hergehen, wenn ihr jetzt nicht welche seid, die früh ins Bett gehen müssen. Lichtphase aus, mal so 1, 1,5 Stunden warten und dann mal mit der Taschenlampe sacht da reinleuchten, werdet ihr höchstwahrscheinlich feststellen, dass euch die ganzen Scheiben vollhängen. Scheiben ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt dazu zu sagen, wird auch hier und da mal gefragt. Mir ist es jetzt in 14 Jahren noch nie passiert, dass eine Turmdeckelschnecke das Becken verlassen hat. Also wo man hier und da zum Beispiel bei Rennschnecken, Geweihschnecken, ähnliches, hier und da mal Probleme hat, dass es Becken verlassen. Ich habe kaum eine Turmdeckelschnecke gesehen, die mal ansatzweise über einen Zentimeter über der Wasselinie waren. Also die halten sich wirklich zu 99% unterm Wasser auf. Ansonsten, ich kann sie euch jetzt über die Jahre der Erfahrung, gerade in der Zucht, wirklich nur wärmstens empfehlen. Es ist eine sehr, sehr dankbare Schnecke. Natürlich, der Garnelen-Nachwuchs freut sich dementsprechend auch über den Schneckenkot, den sie nochmal zusätzlich durchwühlen können. Sie ist ein super Reste-Vertilger, sie durchwühlt durch den Bodengrund. Und ihr könnt dadurch gut Faulgase im Bodengrund vermeiden. Das ist definitiv auch ein Riesenvorteil. Nur halt bei der Fütterung aufpassen. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Ja, das wär's jetzt erstmal mit diesem ersten Spotlight über die Turmdeckelschnecke gewesen. Jetzt setze ich auf euch. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr irgendwie gerne noch eine Ergänzung hättet oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge für die Videoform. Ich werde die dann in Zukunft gucken, dass ich sie möglichst anpasse, wenn ich merke, dass im Durchschnitt ein Wunsch wirklich auf den Kommentaren vorkommt. Ansonsten schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Turmdeckelschnecken bei euch habt, wofür ihr sie vielleicht euch angeschafft habt, als Futterschnecke, als Schnecke den Bodengrund durchwühlt. Gerne unten reinschreiben. Ansonsten, wenn euch das erste Spotlight in der Form gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst das Abo nicht, aktiviert die Glocke, Leute. Und wie immer, schönen Sonntag noch. Ciao, bis dann.